Wie heißt du? Ich heiße Max. Wie alt bist du? Ich bin 25 Jahre alt. Wie alt bist du? Ich bin 25 Jahre alt. Wo kommst du her? Ich komme aus Berlin. Wo kommst du her? Ich komme aus Berlin. Lebst du hier? Ja, ich lebe hier. Lebst du hier? Ja, ich lebe hier. Was arbeitest du? Ich bin Lehrer von Beruf. Was arbeitest du? Ich bin Lehrer von Beruf. Sprichst du Deutsch? Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch. Hast du Geschwister? Ich habe eine Schwester. Hast du Geschwister? Ich habe eine Schwester. Was sind deine Hobbys? Ich mag lesen und Radfahren. Was sind deine Hobbys? Ich mag lesen und Radfahren. Magst du Sport? Ja, ich spiele gern Fußball. Magst du Sport? Ja, ich spiele gern Fußball. Was isst du gerne? Ich esse am liebsten Pizza. Was isst du gerne? Ich esse am liebsten Pizza. Hörst du Musik? Ja, Musik hören ist toll. Hörst du Musik? Ja, Musik hören ist toll. Welche Musik ist toll. Welche Musik magst du? Ich mag Rock und Pop. Welche Musik magst du? Ich mag Rock und Pop. Liest du Bücher? Ja, Bücher lesen ist interessant. Liest du Bücher? Ja, Bücher lesen ist interessant. Was liest du gern? Ich lese am liebsten Romane. Was liest du gern? Ich lese am liebsten Romane. Schaust du Filme? Ja, Filme schauen ist super. Schaust du Filme? Ja, Filme schauen ist super. Welche Filme magst du? Ich mag Actionfilme und Komödien. Welche Filme magst du? Ich mag Actionfilme und Komödien. Reist du gern? Ja, Reisen ist mein Hobby. Reist du gern? Ja, Reisen ist mein Hobby. Wo warst du im Urlaub? Ich war schon in Italien. Was ist dein Traumziel? Mein Traumziel ist Japan. Was ist dein Traumziel? Mein Traumziel ist Japan. Hast du Haustiere? Ich habe einen Hund. Hast du Haustiere? Ich habe einen Hund. Wie ist das Wetter? Heute ist es sonnig. Wie ist das Wetter? Heute ist es sonnig. Wie ist das Wetter? Was machst du am Wochenende? Ich treffe Freunde oder entspanne. Gehst du ins Kino? Gehst du ins Kino? Ja, ins Kino zu gehen ist toll. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist blau. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist blau. Spielst du ein Instrument? Nein, ich spiele kein Instrument. Spielst du ein Instrument? Nein, ich spiele kein Instrument. Was ist dein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsfarbe ist Harry Potter. Was ist dein Lieblingsfarbe? Mein Lieblingsfarbe ist Harry Potter. Was ist dein Lieblingsfarbe? Titanic ist mein Lieblingsfilm. Was ist dein Lieblingsfilm? Titanic ist mein Lieblingsfilm. Welche Jahreszeit magst du? Ich mag den Sommer am meisten. Bist du verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Bist du verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Hast du Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Hast du Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist ein Hund. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist ein Hund. Gehst du spazieren? Gehst du spazieren? Ja, ich gehe gern spazieren. Gehst du spazieren? Ja, ich gehe gern spazieren. Wie lange lernst du Deutsch? Seit einem Jahr lerne ich Deutsch. Warum lernst du Deutsch? Deutsch ist wichtig für den Beruf. Warum lernst du Deutsch? Deutsch ist wichtig für den Beruf. Was ist dein Beruf? Was ist dein Beruf? Ich arbeite als Ingenieur. Wie ist dein Tag? Mein Tag ist meistens ruhig. Wie ist dein Tag? Mein Tag ist meistens ruhig. Kannst du kochen? Kannst du kochen? Ja, ich kann gut kochen. Kannst du kochen? Ja, ich kann gut kochen. Was kochst du gern? Ich koche am liebsten Pasta. Was kochst du gern? Ich koche am liebsten Pasta. Trinkst du Kaffee? Ja, ich trinke gerne Kaffee. Trinkst du Kaffee? Ja, ich trinke gerne Kaffee. Gehst du in Restaurants? Ja, Essen im Restaurant ist schön. Gehst du in Restaurants? Ja, Essen im Restaurant ist schön. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Deutsch und Englisch. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Deutsch und Englisch. Warst du in Deutschland? Ja, ich war schon in München. Was magst du an Deutschland? Ja, ich war schon in München. Was magst du an Deutschland? Ich mag die deutsche Kultur. Was magst du an Deutschland? Ich mag die deutsche Kultur. Was ist typisch Deutsch? Bier und Brezeln sind typisch Deutsch. Was ist typisch Deutsch? Was ist typisch Deutsch? Bier und Brezeln sind typisch Deutsch. Welche deutschen Städte kennst du? Ich kenne Berlin und Hamburg. Welche deutschen Städte kennst du? Ich kenne Berlin und Hamburg. Was willst du in Deutschland sehen? Ich möchte das Brandenburger Tor sehen. Was willst du in Deutschland sehen? Ich möchte das Brandenburger Tor sehen. Kennst du deutsche Traditionen? Ja, ich kenne einige Traditionen. Kennst du deutsche Traditionen? Ja, ich kenne einige Traditionen. Was ist dein Lieblingsplatz? Im Park lese ich gerne. Was ist dein Lieblingsplatz? Im Park lese ich gerne. Trittst du oft Freunde? Ich treffe Freunde einmal pro Woche. Trittst du oft Freunde? Ich treffe Freunde einmal pro Woche. Was machst du mit Freunden? Wir gehen oft zusammen essen. Was machst du mit Freunden? Wir gehen oft zusammen essen. Kaufst du gern ein? Ja, einkaufen macht mir Spaß. Kaufst du gern ein? Ja, einkaufen macht mir Spaß. Was kaufst du gern? Ich kaufe gern Kleidung und Bücher. Was kaufst du gern? Ich kaufe gern Kleidung und Bücher. Wie lebt man in deiner Stadt? Es ist ruhig und schön hier. Wie lebt man in deiner Stadt? Es ist ruhig und schön hier. Was ist besonders in deiner Kultur? Unsere Kultur ist sehr vielfältig. Was ist besonders in deiner Kultur? Unsere Kultur ist sehr vielfältig. Welche Festivals magst du? Ich mag das Filmfestival. Welche Festivals magst du? Ich mag das Filmfestival. Feierst du Weihnachten? Ja, Weihnachten ist mein Lieblingsfest. Feierst du Weihnachten? Ja, Weihnachten ist mein Lieblingsfest. Was machst du an Silvester? An Silvester sehe ich Feuerwerk. Was machst du an Silvester? An Silvester sehe ich Feuerwerk. Wie feierst du deinen Geburtstag? Ich feiere mit Familie und Freunden. Wie feierst du deinen Geburtstag? Ich feiere mit Familie und Freunden. Was trinkst du gern? Mein Lieblingsgetränk ist grüner Tee. Was trinkst du gern? Mein Lieblingsgetränk ist grüner Tee. Gehst du auf Konzerte? Ja, Konzerte machen mir Spaß. Gehst du auf Konzerte? Ja, Konzerte machen mir Spaß. Welchen Sport machst du? Ich jogge und spiele Fußball. Welchen Sport machst du? Ich jogge und spiele Fußball. Was ist dein Lieblingssport? Fußballspielen ist mein Lieblingssport. Was ist dein Lieblingssport? Fußballspielen ist mein Lieblingssport. Schaust du Fußball? Ja, Fußballspiele sind spannend. Was ist dein Lieblingssport? Schaust du Fußball? Ja, Fußballspiele sind spannend. Welches ist dein Lieblingsteam? Mein Lieblingsteam ist Bayern München. Mein Lieblingsteam ist Bayern München. Ich gehe gerne in die Berge. Ich gehe gerne in die Berge. Ich gehe gerne in die Berge. Der Wald ist mein Lieblingssort. Was ist dein Lieblingssort in der Natur? Der Wald ist mein Lieblingssort. Gehst du in Museen? Ja, ich besuche gerne Museen. Welche Kunst magst du? Moderne Kunst gefällt mir am besten. Welche Kunst magst du? Moderne Kunst gefällt mir am besten. Bist du kreativ? Ja, ich bin ziemlich kreativ. Bist du kreativ? Ja, ich bin ziemlich kreativ. Machst du Fotos? Ja, fotografieren ist mein Hobby. Machst du Fotos? Ja, fotografieren ist mein Hobby. Welches Handy hast du? Ich habe ein Samsung-Handy. Welches Handy hast du? Ich habe ein Samsung-Handy. Mutzst du soziale Medien? Ja, ich nutze Instagram und WhatsApp. Mutzst du soziale Medien? Ja, ich nutze Instagram und WhatsApp. Was ist deine Lieblings-App? WhatsApp ist meine Lieblings-App. Was ist deine Lieblings-App? WhatsApp ist meine Lieblings-App. Schaust du YouTube? Ich schaue gerne YouTube-Tutorials. Ich schaue gerne YouTube-Tutorials. Hörst du Podcasts? Ja, ich höre manchmal Podcasts. Hörst du Podcasts? Hörst du Podcasts? Ja, ich höre manchmal Podcasts. Was ist dein Lieblings-Podcast? Mein Lieblings-Podcast ist über Geschichte. Was ist dein Lieblings-Podcast? Mein Lieblings-Podcast ist über Geschichte. Mutzst du öffentliche Verkehrsmittel? Ja, ich fahre oft mit dem Bus. Mutzst du öffentliche Verkehrsmittel? Ja, ich fahre oft mit dem Bus. Fährst du Auto? Ja, ich fahre ein Auto. Fährst du Auto? Ja, ich fahre ein Auto. Ja, ich fahre ein Auto. Hast du ein Fahrrad? Ja, ich habe ein Fahrrad. Hast du ein Fahrrad? Ja, ich habe ein Fahrrad. Wie lange ist dein Arbeitsweg? Mein Arbeitsweg dauert 30 Minuten. Wie lange ist dein Arbeitsweg? Mein Arbeitsweg dauert 30 Minuten. Was ist dein Lieblings-Kaffee? Mein lieblings-Kaffee ist das Guru. Was ist dein Lieblings-Kaffee? Mein Lieblings-Kaffee ist das Co-Clutch. Trinkst du Bier? Ja, ich trinke manchmal Bier. Trinkst du Bier? Ja, ich trinke manchmal Bier. Was ist dein Lieblingsbier? Mein Lieblingsbier ist Pilsner. Was ist dein Lieblingsbier? Mein Lieblingsbier ist Pilsner. Gehst du in Parks? Ja, Parks sind sehr entspannend. Welche Theaterstücke magst du? Ich mag Dramen und Komödien. Welche Theaterstücke magst du? Ich mag Dramen und Komödien. Hast du ein deutsches Theaterstück gesehen? Ich habe schon ein deutsches Stück gesehen. Hast du ein deutsches Theaterstück gesehen? Ich habe schon ein deutsches Stück gesehen. Welche deutschen Autoren kennst du? Ich kenne Goethe und Schiller. Welche deutschen Autoren kennst du? Ich kenne Goethe und Schiller. Was ist dein Lieblingswort auf Deutsch? Mein Lieblingswort ist Schmetterling. Was ist dein Lieblingswort auf Deutsch? Mein Lieblingswort ist Schmetterling. Wie ist das Kulturleben in deiner Stadt? Es gibt viele kulturelle Angebote. Gehst du auf Ausstellungen? Ja, ich besuche gerne Ausstellungen. Gehst du auf Ausstellungen? Ja, ich besuche gerne Ausstellungen. Was ist deine Lieblingsjahreszeit in Deutschland? Ich liebe den deutschen Herbst. Was ist deine Lieblingsjahreszeit in Deutschland? Ich liebe den deutschen Herbst. Ski fährst du? Nein, ich fahre nicht Ski. Ski fährst du? Nein, ich fahre nicht Ski. Hast du deutsche Freunde? Ja, ich habe deutsche Freunde. Hast du deutsche Freunde? Ja, ich habe deutsche Freunde. Wie redest du mit deutschen Freunden? Wir reden oft auf Deutsch. Welche deutschen Feste hast du gefeiert? Ich habe das Oktoberfest besucht. Welche deutschen Feste hast du gefeiert? Ich habe das Oktoberfest besucht. Wie findest du deutsche Küche? Deutsche Küche ist lecker. Wie findest du deutsche Küche? Deutsche Küche ist lecker. Hast du deutsche Filme oder Serien gesehen? Ja, ich mag deutsche Filme. Hast du deutsche Filme oder Serien gesehen? Ja, ich mag deutsche Filme. Was denkst du über deutsche Politik? Deutsche Politik ist interessant. Was denkst du über deutsche Politik? Deutsche Politik ist interessant. Wie findest du das Bildungssystem in Deutschland? Das deutsche Bildungssystem ist gut. Wie findest du das Bildungssystem in Deutschland? Das deutsche Bildungssystem ist gut. Warst du auf deutschen Musikfestivals? Nein, noch keine Musikfestivals besucht. Warst du auf deutschen Musikfestivals? Nein, noch keine Musikfestivals besucht. Wird die Musikfestivals besucht. Wie findest du das Bildungssystem? Wie findest du das Bildungssystem? Vielen Dank.